So, was geht ab meine lieben Freunde, ihr wisst, willkommen, hier ist wieder der Cashnick zurück und wir präsentieren heute, der Wien ist jetzt neben mir, das neue Projekt Poor, ne, warte mal, Big Knife or Poor Life, genau so nennen wir es. Und wir haben jetzt hier 15 Shadow Cases und die dementsprechenden Schlüssel dazu und das Ganze hat uns jetzt 37,50 Euro gekostet, also ordentlich da aufs Taschengeld gegangen. Und, äh, ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen was aufmachen, ich hatte ja irgendwann schon mal onstream gedreht und da hatte ich ja die schöne Kartell bekommen, ist jetzt nichts heftiges, waren nur 15 Euro Freunde, aber es hat übelst viel Spaß gemacht und, ähm, ja, wir machen heute gleich mal einen auf, ich glaube, ich lege einfach mal drauf zu, das ist hier gerade die aktuellste Kiste. Bini, was sagst du dazu, wie ist dein Gefühl für die erste Kiste? Okay, wir machen jetzt mal eine schöne Wette. Eine Wette, also ich möchte, okay, vorweg, bevor wir jetzt hier anfangen, ich, ich nage die Dinger gleich mal durch, okay, ich mache, ich mache jetzt schon mal eine auf, nein, also ich möchte auf jeden Fall, wow, Alter, ich, ich gucke die Gatte da und dann, so, na, ist dicker. Ja, guck erstmal, oh, die sieht überteile aus. Die ist richtig. Ah, mal, sie hat es angeknabbert. Ja, egal, Factory New und so wird nachher gecheckt, es war einfach. Wird gleich gecheckt und gleich mag ich mal checken, ey. Oh, Mann, was ist das hier, muss ja gleich alles wegmachen hier, ja, keine Ahnung, so, gleich verkaufen. Was, 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 ja, weiß ich nicht genau, wer ist mit Zustand, ja, werde ich gerade rausfinden, wo ist die Scheiße, mal zurück, mach mal Bogenkreuz. Ja, keiner packt hier wieder alles, ne, scheiße, worauf, ja, hier, nein, nicht so einfach drauf, halt, ja, einfach nur drauf, ja, hier habe ich doch. Einsatzerprobe, na, ist okay. Ja, wir wollen auch jetzt, ja, genau. Ja, ich mache das, ich mache das noch nicht so oft hier. So, nice. Ist das so wenig wert? 2,90 Euro, ja, weil sie nur Einsatzerprobe ist. Aber es ist worth. Ja, auf jeden Fall, ruhig auf die erste Kiste. Ja, normal. So, next go, next one. Also, ich wollte eigentlich sagen, ich wollte auf jeden Fall eine in dieser Farbe haben, was heißt Lieder? Also, eher rosa, pink, was weiß ich. Die AK wäre natürlich sweet. Du, welche AK spielt zu gerade? Elite-Bild, ich habe ja die Kartell, da es mal eine erste geile Waffe ist, die ich gedreht habe, möchte ich eigentlich auch ganz gerne beibehalten. Ne, kann ich ja nicht. Also, eine AK wäre natürlich sick, guys. Die Golden Coil und Kill Confirms ist natürlich next level. Aber, na gut. Ich glaube, das wird auch alles gleich nachher gekontraktet und weggeschissen. Ja, wünsch mir noch ein bisschen Glück hier, Dicker. Kommt ein bisschen wenig jetzt für die. Mach mal jetzt hier. Die Direktiv... Ist okay. Ist okay. Eine StatTrak Double Berettas Dueling Dragons. Ist in Ordnung. Ja, Flows Jack-Trak-Trick ist auf jeden Fall schon mal bestimmt ein Euro. Ist ein Euro. Und ich meine, wir sind nicht so viel mit. Also, eine Kiste kostet ja 2 Euro... Äh, ein Schlüssel kostet ja 2,19 Euro plus den Schlüssel. Da sind wir ja ungefähr so bei 2,50 die Kiste. Also, das Paket. Und wenn wir zumindest ein Euro schon mal wiederbekommen, ist auch ein bisschen was. Ja, bitte. Keine Ahnung, das geht gerade so schnell. Da ist die schon wieder, Mann. Alter. Say what? Ja, warte mal, Haltbarkeit. Checken wir kurz. Noch einmal zur Probe. Ah, das ist das alles so dirty bei uns. Aber, alter, da war sie schon wieder. Okay, und wir discarden. Green Marine. Okay, also, wie fahren wir überhaupt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Hälfte ist schon weg. Oh, da war die K. Oh, da war die K. Was? Nein, ja! Oh, Junge! Nein, Junge! Ja! Was ist das? Alter! Oh, 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 oh! Alter! Hallo, das war unser erstes Snipers! Oh, den Dick raus! Oh, Dick on Riot! Hallo, den Dick raus! Ja! Ja! Ja, Dicker! Kommt doch mal her! Party! Ja! 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 Einsatzerprobe ist es. Alter! Was ist das? Was ist das? Hä? Ungelogen jetzt einfach on stream das knife? Hä? Jetzt löst du wie so... Keine Ahnung. Ja, die Klappe Katze. Alter! What? 90 Euro ist nur wert. Der Wasser ist nur... Das sind 300. Ist das? Hä? Ohne Scheiße, wieso ist es so wenig wert? Hm, das sind das die Scheiße. Ja, es ist halt alle Einsatzaproben, ne? Einsatzaproben. Scheiße. Ja, Einsatzaproben, nicht Factory New. Kein Star Trek. Keine Ahnung, wer will sowas? Giveaway gleich. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es haben wollt. Keine Ahnung, sonst verschenke ich es auch irgendwie so random. Ah, weiß ich auch nicht. Okay, es war unser erstes Snipers, die wir jetzt gezogen haben. Mhm. Ich sag Ihnen nur Big Knife or Pro-Life, guys. Diese Volt. Jawohl, die Katze dreht komplett durch. Hä? Sollen wir jetzt die letzten noch aufmachen, oder? Ja, natürlich machen wir die auf. Das ist eine dumme Frage. Aber wenn du das irgendwie auch schon gesehen hast. Das Ding ist ja immer so, man sieht das Knife und dann kriegt man es irgendwie auch wild. Ich habe es noch nie, auch im Stream oder so in Videos gesehen, dass man es dann nicht bekommt. Das ist noch nie, dass es knapp dran vorbeigesetzt ist. So wie Brian bei der Dings, ne? What the fuck, man? Allein so, erstes Case Opening ist richtig auf Video und dann kommt es einfach. Ey, jetzt mir alles egal, man. Ja, das ist aber auch nicht schlecht. So, wenn wir auf dem Ding relativ viel, auch die andere Sachen eigentlich. Ja, aber das, das weiß ich, was ich meine einfach. Das Ding ist ja, ich wollte ja eigentlich so, das Projekt heißt ja auch Big Knife or Poor Life und dann dachte ich so, ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas machen will, Road to Knife, aber ich dachte, ich kriege eh nie Knife oder was weiß ich, oder das Projekt ist langweilig oder so. Und jetzt einfach in der ersten Folge ist es drin. Ja, keine Ahnung. Oh, da war was Rotes. Survivor Sea. Nice. Hast du ja immer noch was? Wir fahren an relativ vielen geilen Sachen vorbei, immer. Oh, guter Run, aber so far, guys. Guter Run. Ja, es ist noch das Rote. Ja, es kommt noch was Abschließendes. Hm, nein. Die Heffengard, ne, es ist gar nicht die Heffengard. Die letzten drei Cases jetzt. Okay. Ja. Also war nicht schmiert, aber es Rotes? Ne, das war echt. Okay. 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 Mac-10, Rangin, Rangin. Okay, aber ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ihr seid ja wahrscheinlich übelst gehypt auf die Kisten, aber es ist, es ist jetzt, ihr denkt jetzt auch das Video irgendwie, das ist einfach jetzt so easy, knife, kriegt man immer so. Ist nicht so. Wir haben auch wirklich in die letzten Tage ein bisschen was reingeschissen und es hat echt wehgetan. Eigentlich sagt mir jedes Mal nicht nochmal. Also, ja, ich weiß auch nicht, es ist wirklich nicht wohl, also jeder sagt das, aber trotzdem macht man es, aber es ist wirklich nicht wohl eigentlich, keine Ahnung. Ja, super Abschluss eigentlich mit der Galil, Stone Cold. Wir haben einfach übelst geschissen hier, also okay, 1, also ich zähle mal die blauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da haben wir einmal minimale Gebrauchspuren, das ist sehr gut, eigentlich ist das 2-Best, abgenutzt, scheiße, abgenutzt, verkackt. Mh. Haben wir proben, ja. Probest du was, wenn ich war noch so wenig, minimale. Bist du, oder? Ja, guck mal, check mal die. Ich, ich glaube, ich, 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 ich gebe dir 4,50 Euro. Ja, ne, 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 ist nicht so ne heftige. Ich sag 3,50 Euro. Mal realistisch bleiben. Mal realistisch bleiben. Ja, das packt irgendwie nur übelst. Ja. Au, immer für minimale Gebrauchspuren, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, dass er ein bisschen mehr... Naja, okay. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das Knife ist da. Alter, es ist wirklich halt unser allererstes Knife. Ja. Aber was wir damit kaufen? Noch kaum mehr für 120 Mann. Ja. Neu Cases, liebe Grüße. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War ziemlich fett. Äh, die erste Folge Big Knife or Poor Life. Äh, bis zum nächsten Mal, Freunde. Hau rein. Ja. 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 Ich bedanke mich. Ja. Ja. Ei, würde ich auf jeden Fall sein. Das Dontn Hand Hajime habe mit. Ich habe ihn schon closed. Ja. 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 Ja.